Herzlich Willkommen zu Let's Play Skyblock hier auf Playing Gang. Ich habe einfach mal gedacht, ja, welches Projekt wird einfach mal mein erstes sein. Habe ich mir gedacht, nämlich einfach mal Skyblock in Minecraft, der wahrscheinlich kleinsten Survival Map, die ich kenne. Ja, wir sind hier auf diesen, ja wie groß ist das, drei, vier Quadratmeter, wären das so. Auf so einer Insel, auf so einer kleinen Insel und haben halt nur diese Sachen, die hier in der Kiste sind. Diesen Klotz Erde und diesen einen Baum und müssen daraus halt alles machen, also das größtmögliche machen, was wir können. Ich bin mit dem Ton noch ein bisschen leiser. Und wir müssen halt aufpassen, dass uns nichts runterfällt. Kein einziges Material darf uns verloren gehen, denn das wäre sehr ärgerlich, weil man sieht halt, man findet hier nichts Neues. Aber man kann sich trotzdem noch später zum Festland hinbauen. Das Wichtigste ist erstmal am Anfang, ist, dass wir einen Cobblestone Generator bauen. Wir haben jetzt hier noch einen Eisblock, wenn ich den jetzt falsch setze, dann war es das schon mal. Obwohl, ne man könnte ja mit dem Eimer hier wieder, na, ich will es nicht ausprobieren. Deshalb fange ich einfach mal an, einen Cobblestone Generator zu bauen. Gott, ey, wie war das nochmal? Ich glaube, so. Dann hier. Das rein. Gott. Dann noch hier die Lava. Ja, es geht. Schon mal gut. Ich packe jetzt erstmal hier schon mal das rein. Ich will das nicht verlieren, das wäre extrem ärgerlich. So, fange ich auch gleich mal an, den Baum abtagen. Das ist mir zu gefährlich gerade. Ich weiß nicht. Es ist halt ultra gefährlich, sag ich mal. Ich will nichts verlieren. Ich versuche einfach mal hier sowas rumzubauen. Ich will diesen Baum auch nicht verlieren, aber auch vor allem die Sepples nicht da rauskommen. Also ich will in dem letzten Jahr vielleicht auch ein bisschen über den Kanal quatschen, was so in nächster Zeit passieren wird. Weil, wie ihr vielleicht gesehen habt, dieser Kanal ist noch recht neu. Und ich weiß nicht, ob die anderen jetzt schon mit ihren Projekten gestartet haben. Die sind teilweise schon hochgeladen, aber halt noch, ne, und so. Auf Privat, ich wollte gerade schon sagen, was ist jedoch. Ich rasiere den Baum jetzt erstmal hier ab, weil... Wenn wir da kein Zeppling rausbekommen, wäre das sehr ärgerlich. Da, puh. Erstmal alles wegpacken. Ich habe keine Lust, dass ich hier irgendwas verliere. Das ist halt schon gefährlich. Wenn man hier was verliert, dann war es das nämlich... Oh, ich so gott, ich dachte schon. Wenn der Baum jetzt abbrennen würde, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ach, da oben ist schon mal wieder ein Zeppling. Oh, sehr gut. Vielleicht auch in die Kiste. So. Auch wenn wir hier runterfallen, ist das ein bisschen blöd, weil... Minecraft 1.3 hat damals... Weil hier ist es eine 1.4.7. Hat damals so ein Backverurteil... Oh, Zeppling. Ich bin gerade ultra vorsichtig. Hat ein Backverurteil, dass wenn man runterfällt... Noch einer? Gott, äh, dass... Wenn man runterfällt, dass man dann... Nicht mehr richtig auf die Insel kommt. Das heißt, ich werde dann immer einen Creative-Mode mal reinschalten und dann wieder hochfliegen. Also, ich werde natürlich trotzdem dann sterben und die Sachen verlieren, weil sonst ist das ja langweilig. Okay. So. Der Baum wäre schon mal weg. Wir haben vier Setzlinge. Äh... Ja, ich baue jetzt erstmal eine... Warum ist das jetzt? Egal. Ich baue erstmal eine Werkbank. Und baue dann gleich ein bisschen Cobblestone ab. Ich weiß sogar nicht, soweit ich weiß, gab es auch... Ich gucke einfach noch mal im Internet hier. Ich habe mich ja wieder super vorbereitet. Das wäre jetzt Skype wahrscheinlich. Ne, gut, habe ich nicht gehört. Ich wollte gerade schon sagen, so. Ähm... Skyblock. Ähm... Was ist denn? Wo? Nein, nein, nein. Ja, es ist wieder sehr professionell. So. Es gab auch Ziele, soweit ich weiß. Ich muss immer gucken. Hier. Aber, nee. Nee, nee. Ich kenne mich da nochmal und sonst blende ich die Ziele auch mit ein. Im Video. So. Ich würde jetzt erstmal hier noch eine... Spitzhacke bauen. Dafür brauche ich jetzt mal zwei Holz. Ach, genau. So. Dann will ich gleich erstmal einen Ofen bauen. Das wäre jetzt nämlich das Wichtigste. Und dann können wir nämlich schon mal Fackel machen. Also wenn wir... Das Eichenholz verbrennen. Ich... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier... Ich mach einfach mal... Nee, im Wasser abbauen ist auch blöd. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier... Huh. Oh. Gut. In die Kiste. Nein. Mit der Spitzhack, bitte. Oh, ich hab Angst, dass ich irgendwann hier erdrückt werde von den... Von der Lab oder so. Verbrenne. Ja. Der Stein ist schon mal verbrannt. Ist natürlich ultra spannend hier. Ist abbauen, aber das gehört ja dazu. Und es... Es brennt da schon wieder. Ich hab Angst, dass mir gleich irgendwann die Workbench da abfackelt. Kann die überhaupt abbrennen? Ich glaub nicht. Auf jeden Fall, ich wollte erstmal... Nein, 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 nein. Man sollte... Das meine ich jetzt zum Beispiel. Ich muss jetzt nochmal sterben, glaube ich. Ja. Jetzt muss ich mal hochfliegen. Aber ich hab halt die Sachen trotzdem verloren. Ich bin halt blöd. Es war halt gerade sehr unklug. Äh, nicht schlau. Oh. Gott, äh. Bin auch wieder blöd heute. Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Oh, Gott. Ich mach immer erst eine neue Spitzsacke. Bau gleich... Nein! Oh Gott, ich bin echt blöd. Egal. Wir haben ja noch genügend Holz. Bauen wir einen neuen Baum an. Ach nee. Das fängt ja schon mal echt gut an. So, jetzt ist wieder richtig. Und jetzt passe ich auch ein bisschen besser auf und stelle mich nicht da wieder hin. Das war nämlich gerade eine sehr unklug Idee. So, also, wo wollte ich drüber reden? Also, hier... Der keine Planking ist so ein... Den will ich noch haben. So ein Zusammenschluss von... mehreren... Ja... Leuten halt. Jede... Nein, 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 nein. Also haben wir uns halt zusammengeschlossen. Deswegen sind jetzt insgesamt drei. Und wir haben halt verschiedene Projekte. Ich kümmere mich so... Ich sag mal hauptsächlich um Minecraft. Und jetzt ist wieder einer verbrannt. Äh, Philipp, der macht hier, äh, OMSI und andere Simulatoren, die Landwirtschaftssimulatoren. Und der testet halt alles so durch. Und Jan ist hier so der Shooter-Typ, sag ich mal. Er macht jetzt zum Beispiel gerade Far Cry 3. Könnt ihr auch mal reinschauen. Und ja, wir haben halt vor, ich sag mal... So eine große... Wie so eine... Nein, Community kann... Ja, doch, Community kann man schon sagen. Aber halt, den will ich auch noch haben. So ein... Ja, nicht ein Netzwerk, sondern halt sowas... Wir wollen halt unseren Kanal irgendwie in Ruhe führen. Und... Ja. Ich bin grad auf Peace4. Ja, ich lass mich nochmal auf Peace4. Weil sonst vorhören wir gleich, wenn wir noch nichts angepflanzt. Ja. Im Hintergrund hört man wieder hier irgendwie Leute rumrödeln bei mir. Ist ja, das ist schon am Anfang ein bisschen langweilig. Über später bauen wir dann noch Mopsbonnebene und so, dass wir dann halt Getreide und so weiter schneller wachsen lassen können. Und ja, gleich baue ich erstmal hier noch so einen Ofen. Genau, einen Ofen. Dann fackeln. Für die Nacht, weil sonst ist es echt ein bisschen dunkel. Habe ich eigentlich hier... Ja, gut. Aber ich kann mal die Wolken anmachen. Sieht doch gleich ein bisschen schöner aus. Was kann ich noch anmachen? Doch, das reicht. Das reicht, das reicht. Nein. Ich höre mal zu früh auf, um mir zu schlagen. Weil ich habe keinen Bock, keine Lust, dass da unten die Erde dann auf einmal verschwindet weiter. Und dann fliegt sie runter und dann haben wir wieder ein Stück Erde verloren. Haben wir zwar eigentlich noch nicht, aber wir haben schon ziemlich viel Holz verschwendet und... Das hat nicht so gut. Und ich sollte mir echt mal echt auf die Uhr achten. Ich vergesse es immer. Immer wenn ich anfange aufzunehmen... Ey, das war schon auf meinem alten Kanal. Immer wenn ich anfange aufzunehmen... Dann, ja, war es das. Dann habe ich nicht auf die Uhr geguckt und dann... Weiß ich nicht mehr, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Jetzt weiß ich auch gerade schon wieder nicht mehr. Jetzt müssten so 10 Minuten sein. 10 Minuten. Ich tippe jetzt nochmal, wenn ich das jetzt sage, keine Ahnung, 10 Minuten 11. 10 Minuten 20 so. Um den Dreh. Wenn das jetzt stimmt, dann bin ich vor der Pro. Alter, wie lange hält denn diese Holzspitzsacke? Es ist ja nicht so, dass ich mich beschweren würde, aber naja. Nein, ich verbrenne. Also hier verbrennt richtig viel. Es ist halt... So. Es ist halt nicht so effizient. Effizient. Effizient, ja, war das schon richtig. Effizient? Effizient. Ach, keine Ahnung. Ich kenne die einfachsten Wörter nicht. Ja, ich müsste jetzt noch 2, 3 Schläge aushalten, die Spitzsacke. Ist schon nach Ausweg gerade nachts. Ich muss auch irgendwann mal ein Bett bauen. Hier sind auch, glaube ich, noch eher 12 Seiten drin. Obwohl ich weiß nicht, ob ich mir da aus dem Bett... Ja, doch. Ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr. Sonst kriegt man hier kein Bett. Und das Beste wird auch der Stein sein, deshalb. Stein ist das Einzige, was wir nicht... Unendlich haben wir einen Stein, wenn wir richtig damit umgehen. Und nicht so, wie ich alles kaputt mache. Das war der letzte Stein. So, okay, womit fange ich jetzt an? Jetzt bin ich schon wieder überfordert. Erstmal Ofen. So. Chiefment Get, Hot Topic. Musik Vielen Dank.